Hallo zusammen in diesem Video zeige ich euch die Quest die Ballons der Scheiben anzunehmen bei Erzmager Kallek in die Halle des Wächters auf der Ebene die Bibliothek des Wächters an dieser Position hier sieht man auch die Koordinaten nehmen die Quest gleich mal an und dann hat er eine Sprechblase die ich anklicken darf ich noch mal weg und noch mal an und jetzt habe ich sie angeklickt und hoffe dass sich mal der Ladebalken bewegt sehr schön nun bin ich in einem Szenario mit zwei Phasen nun darf ich ein bisschen warten okay ich kaufe mal hier rein und diesen nehme ich drei Stück jetzt ist sie mir wenn die leistern und wie ich sehe haben die ganz niedrigen Cooldown ja Frostschaden absorbiert die Frostvermeidungskugel 30 Sekunden Abklingzeit hätte nämlich äh steht dabei wie lange eine Minute nehme ich auch drei und das 10 Sekunden Abklingzeit Bewegungstempo und Bewegungsgeschwindigkeit nehme ich mehr auf den zwei Szenen habe ich ja genug Ah mehr als fünf geht nicht ja dann nehme ich von den anderen auch fünf was soll es kann es man ja leisten und es schadet sicher nicht geht hier kann man noch Vepa Viven und der ne das braucht ihn nicht erste Hilfe dann Meisterschaft okay dann bekomme ich noch Barfoot mit benutze ich wieso auch nicht schadet ja nicht im Gegenteil und so wie ich mir jetzt die Kugel hingelegt habe werde ich die entsprechenden Scheiben machen so Frust Frust was passiert jetzt aha okay Heldentum Schaden absorbieren Aha durch die Wand kann ich nicht schiessen okay Nun sind hier ein paar Ads benutze das auch Ah und solange die Ads hier sind macht er nichts aber wieso kann ich mich jetzt nicht bewegen Egal ich mache Schaden auf ihn Irgendwie macht er nicht besonders viel Schaden Also einfach einfach drauf Okay jetzt kommen wieder Ads Ihr seht dass das solange die Ads ist macht er nichts anscheinend Oder keine Ahnung womit das zusammenhängt Also der hat gut Leben aber macht selber nicht viel Schaden Aha Ach er kann auch nichts machen wenn ich hinter der Wand bin Aha Aha nur hinter der Wand bewege ich mich langsam Ah verstehe Und jetzt begebe ich mich hinter die Wand damit die Ads zu mir gelaufen kommen Okay auf die Mechanik muss man kommen hinter der Wand ist man auch verlangsamt aber sie schützt und ja Ich habe den Mob gleich da Ich habe den Mob gleich da und ich nutze noch eine Frostkugel einfach just for fun Da kommt wieder eine Wand Da kommt wieder eine Wand Ich laufe weg Und hinter die Wand damit die Ads zu mir kommen Ich habe ihn besägt also war wirklich nicht schwer Nun könnte ich sogar Vorräte nachkaufen Ja dann ist es ja so leicht Arcan brauche ich nicht mehr Äh Was benötige ich nicht mehr Nun mache ich Arcan Ich nehme an dass es sich bei den letzten beiden Scheiben genauso verhält So Heldentum Und So Heldentum Und Auch Und Ich glaube da kommen immer mehr Je weiter er hinunter geht vom Leben Finde ich jetzt aber auch nicht schwer Und besägt Jetzt haben wir mir was zu essen Und Erhaltet eure Konzentration aufrecht Nur noch eine Scheibe Denkt daran dass meine Lehrlinge euch helfen können Und Braucht ihr etwas? Hoffe ich noch solche Man sieht sie Und jetzt mache ich die Die Scheibe des Feuers Die Scheibe des Feuers So Mit der Heldentum Gleich mal eine Kugel Geiger Wow Das hat wehgetan. Hoffentlich schaffe ich das jetzt noch. Schaut aber alles noch gut aus. Also wichtig ist vor den Anschlägen weg. Halt. Hopp ist gleich dort. Da ist er schon tot. Also der war am schwarsten finde ich. Am schwersten. Seht ihr habt es geschafft. Die Scheiben sind nun aufeinander abgestimmt und werden zu einer Scheibe verschmelzen. Cool. Na keile Sache. Und nun? Ich bin zwar nicht sehr gut, aber ich habe keinen Zweifel, dass Antonidas sehr stolz wäre auf das, was ihr heute vollbracht habt. Wenn ihr wünscht, kann ich euch zur Halle des Wächters bringen. Na klar. Das Angebot nehme ich an. Quest ist abzugeben bei Erzmagiev Kallek in die Halle des Wächters. Auf der Ebene die Bibliothek des Wächters an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Hoffe ich konnte euch helfen. Ciao.